Ich bin da wie ein Triple-K, na Quatsch, jetzt habe ich mich verwandelt in KitKars, ja hi, da ist auch die Kamera, ja es gibt mal einen klitzekleinen Vlog ganz außer der Reihe, was heißt außer der Reihe, ich habe lange keinen stinknormalen Vlog mehr gemacht, ich habe ja immer, wenn in letzter Zeit, Spezial-Vlogs gemacht, wo ich aufwendiger geschnitten habe und jetzt habe ich gedacht, komm, ich erzähle mir einfach nochmal sowas, weil im Moment ist es auf meinem Kanal ein bisschen eintönig, habe ich so das Gefühl, es gibt hier, wo ist that one one, alle zwei Tage und alle zwei Tage, Attack on Titan, so, aktuell habe ich Nachtdienst, ich musste in den Nachtdienst einspringen und konnte dadurch nicht aufnehmen, sodass es jetzt ein paar Tage, ich hoffe nicht allzu viele, gar keine großartigen Videos geben wird, ich versuche mal morgen noch ein Terrible-K Video rauszuhauen, mit kurz erklärt, und ja, ansonsten mal gucken, ne, das meiste habe ich ja schon in den Newsart one one Videos erzählt, also, hm, wie geht's euch? Näm mal ernst, man ist ja irgendwie überhaupt nicht mehr so im Kontakt, ne, ich habe im Moment wieder wenig Zeit, um was aufzunehmen und wenig Lust, das habe ich schon mit jemand anderem besprochen, ähm, bin ich Lust, weil, ja, es gab da so ein paar Fernsehserien, sorry, ich habe gerade eigentlich Nachtdienst, versuche mich jetzt hier mit Wachzeiten, ähm, gab da so ein paar Fernsehserien, die ich geguckt habe, zum Beispiel The Walking Dead, aber auch Stranger Things auf Netflix, sehr gute Serie, die ich übrigens, äh, empfehlen kann, ja, und diese Sachen habe ich dann der Let's Player Reihe so ein bisschen vorgezogen, weil, naja, gut, ihr kennt ja das Video, ähm, in dem ich erklärt habe, warum es ein bisschen ruhiger zugeht, zugehen wird, hier auf dem Kanal, so, ja, aber es stehen demnächst trotzdem einige Sachen an, es steht auch wieder natürlich viel in den Startlöchern, etc., im Dezember gibt es einen kleinen Überraschungsbesuch, äh, und mit dieser Person wird dann etwas zusammen stattfinden, ich weiß nicht, ob der, ob ihr schon alle gesehen habt, dass ich bei The Change Man nochmal mit dabei bin, äh, dabei war, einige haben das schon entdeckt, in dem, in seiner Webserie Zoo ohne Tiere spiele ich in der zweiten Folge, ganz kurz, mit Benix und Linus mit, ja, also, wer es noch nicht gesehen hat, hat, guckt mal danach, The Change Man, Zoo ohne Tiere, Folge 2, ich werde es jetzt nicht verlinken, bin ich zu faul für, ich verlinke hier drunter eh nichts, das ist ja eh nur ein Vlog, vielleicht denke ich auch dran, ich weiß es noch nicht, naja, gut, ansonsten, was geht noch so, oder was geht nicht mehr, ähm, im Moment mache ich das, Colossia Hörbuch, was immer sonntags kam, nicht mehr, keinen Bock mehr gehabt, ehrlich gesagt, weil die Resonanz ist auch sehr, sehr gering, und der Aufwand ist auch wieder hoch, ähm, Zeit, 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 was noch, Streams, im Moment nicht, Community Treffen, äh, ist nochmal gewünscht worden, bei Rosat 101, vielleicht mache ich das ja Ende des Jahres, Moment, wir haben Ende des Jahres, vielleicht im Dezember, wir haben ja auch was Dezember, scheiße, vielleicht Ende Dezember, mal gucken, äh, wenn dann, wer jetzt noch kurzfristig bekannt geben, ihr kennt alle meine Kanäle, Facebook, unten drunter verlinkt, theoretisch, Instagram bin ich übrigens auch, falls ihr es noch nicht gesehen habt, auf Twitter, ja, das war es eigentlich schon, ja, sonst gibt es im Moment nichts zu erzählen, ihr könnt mir mal ein paar Sachen, äh, ein paar Fragen stellen, Frequently Asked Questions, ich bin ja auf Ask.fm, aber da fragt auch schon lange keiner mehr was, aber ich beantworte auch ehrlich gesagt nichts, weil ich zu faul bin, beziehungsweise ich vergesse es einfach immer, ich kriege dann so eine Nachricht, oh, es hat jemand auf Ask.fm was geschrieben, und dann lese ich das gerade unterwegs oder so, denke, ja, ja, ich muss das beantworten, und dann bin ich zu Hause, und es gerät total in Vergessenheit, total ärmerlich, naja, fragt mich ruhig mal ein paar Sachen, und ich versuche mal beim nächsten kurzen Vlog, den ich so in der Art mache, einfach ein, ähm, Frequently Asked Questions Video zu machen, ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche, und sag mal, bis demnächst, ciao.